Oh, Macmillan. Schön. Macmillan. Gut. So. Vorne liegt eine neue. Pass auf, wir legen hier eine Falle hin. Wenn ich dann von der anderen Seite komme, wollen die nämlich bestimmt ins Haus rennen und dann rennen die hier voll in die Falle. Und ich stehe dann da und lach mir einen ab, ey. Okay, dann klappern wir jetzt mal die Generatoren da hinten ab. Immer ein Ohr auf die Raben. Moin. Du bist mir gerade voll in die Arme gerannt, nur mal so. So. Hier war noch einer. Shit. Okay, wo haben wir denn jetzt die Haken hier? Ja. Da vorne wäre direkt einer. Aber da die... Oh, okay. Ich muss da hin. Wie dort in der anderen Richtung einfach keiner ist. Vielleicht haben sie doch zerstört. Kann natürlich auch sein. So. Und die Falle da hin. Erster Haken ist fertig. Äh, erster Generator ist schon wieder fertig. Scheiße, die haben die Fallen weggemacht. Lol. Ja, lauf in die Falle. Der andere ist hier lang. Bäm. Netter Move, oder? So, das heißt, der Typ wird wieder aufgehangen hier. Ab an den Haken. Der ist tot. Der andere ist nachher links gekrabbelt. Oder? Nice. Du bleibst hier. Du bleibst hier. So. Vorne ist direkt der nächste Haken. Das ist endlich mal wieder eine bessere Trapper-Runde. Ich dachte gerade, sie lief, ey. Okay. Der andere ist hier irgendwo noch in der Nähe. Ich höre ihn. Mach mal wieder ein Geräusch. Er liegt halt so lange. Können ihm mega leicht hochhelfen. Ich finde ihn nicht. Nice. Der andere ist auch hier lang. Hier sind die Raben noch. Er muss hier sein. Okay, komm. Wir hängen sie jetzt mal auf. Dann ist sie down. Der eine liegt ja auch schon jahrelang. Aber der andere muss hier noch in der Nähe sein. Weil seine Spuren da noch waren. Da sind noch... Ah, okay. Alles klar. Guck mal. Jetzt haben wir eine Fährte. Jetzt haben wir eine Fährte. Da vorne rennen sie. Na? Den anderen habe ich auch wegrennen sehen. Sorry. Ich werde dir nicht den Gefallen tun. Und den aufhängen. Der soll mal schöner verrecken. Hier ist der andere. Moin. Könnte der Sieg sein jetzt für uns. Je nachdem, wie gut die Olli jetzt davon kommt. Die kann sich ja doch selber hochheilen. Hier sind die Raben. Hier kann sie nicht lang sein. Hier sitzen die Raben. Hat sich wieder hochgehalten. Ich wusste es. Shit. Renn doch nochmal. Okay, Falltür. Irgendjemand schon die Falltür gesehen? Hier ist sie. Doch, da waren die Raben. Sie ist hier lang, oder? Aber hier sind keine Spuren. Ich habe keine Ahnung, ob sie links oder rechts lang ist. Okay, die Raben hier sind gelandet. Sie kann aber auch von hier gekommen sein. Leute, Mann. Loll, wann ist denn die hier gespawnt? Wir müssen Sie von hier hinten fernhalten. Könnte sonst durch die Tür gehen Aber die war doch vorher noch nicht da oder bin ich jetzt doof Die habe ich doch noch nicht gesehen gehabt Oder waren da noch keine Zwei Generatoren fertig Ich lege die übrigens ein bisschen weiter Von dem Ding weg Weil wenn ich die hier schnappe genau daneben Dann kann die immer noch entkommen Trotzdem sie in der Falle ist Das hatte ich auch schon mal Okay, wir legen die Fallen da hinten alle hin Sicher ist sicher, was man hat hat man Ich meine sicher sein kann ich mir eh nicht Dass wir sie dadurch kriegen Baby David returns Da ist der David wirklich returned Wenn er jetzt halt auch mal einfach Einen Generator fertig machen wird Okay, dann suchen wir jetzt die Generatoren ab Da hinten ist noch einer Die Falle gönne ich mir noch Macht er überhaupt noch Generatoren ey Geh mal an die Generatoren ran du Bengel Vielleicht sucht er Vielleicht sucht er Hier war er Hier Er schleicht Der soll nicht hier hinten rum rennen Am Ende Geht die durch die Tür Wetten Muss nur am Generator da hinten sein Immer noch einer War hier nicht wieder dran Ach Leute Ich überlege die letzte hier hinzulegen Oder an einen Generator Ich weiß auch nicht ob sie Generatoren überhaupt versucht zu machen Nur an dem einen wurde mal gearbeitet Ach komm Kann doch auch nicht für den spannend sein oder? Kann doch auch nicht für den spannend sein oder? Hier ist ja nirgends So ein Rabenrudel Guck mal im Keller Wieso sollte man sich im Keller verstecken? Auch nicht hier? Auch nicht hier Ich würde es für den Das hört doch nicht auf Das hört doch nicht auf Aber wenn er campen würde Würden die Raben kommen Ja ich kann die ganze Zeit punkte farben Aber das ist doch langweilig Soll ich jetzt die ganze Zeit fallen legen Und aufhören Oder wie da ist sie? Und jetzt rennt sie Zur Tür Okay jetzt aber mal ehrlich Was hat die denn die ganze Zeit gemacht? Was den habe ich nicht erwischt? Lächerlich Was hat die denn die ganze Zeit gemacht? In der Zwischenzeit Jetzt könnte ich assi sein Und hier die ganze Zeit fallen legen Oh ja Oh nein Ich habe ja aus Versehen eine Falle gelegt Soll ich jetzt mal richtig assi sein? Okay pass auf Die war ja auch assi zu mir Okay Leute Jetzt mache ich mal eine richtige Asozialen Taktik Okay Ach sie disconnected Alles klar Pussy ey Gibt es wenigstens keine Punkte für dich Das hast du dir verdient Boah ganz knapp ey Alter Ich wollte so eine richtig assi Taktik jetzt machen Die verrate ich aber noch nicht Kennen die Taktik Da kannst du so Also Vielen Dank.